Gaius Plinius Saecelius Secundus, besser bekannt als Plinius der Jüngere, war ein bekannter Schriftsteller in Rom. In diesem Video werden wir über die einzelnen Schritte seines Lebens gehen, wie seine Karriere aussah und seine Werke und dessen Beleitung für die damalige Zeit uns anschauen. Fangen wir an. Wir schreiben das Jahr 61 nach Christus in der Stadt Como, Italien. In einer angesehenen Familie wurde ein Kind geboren, welches den Namen Gaius Plinius Saecelius Secundus trägt. Jedoch wusste hier noch niemand so genau, was für ein berühmter junger Mann hier geboren wurde. Plinius der Jüngere war außerdem der Neffe von Plinius der Ältere, welcher ein berühmter Naturforscher und Schriftsteller hierzulande war. Plinius der Jüngere stellte schon früh viele Fragen und begehrte so viel Wissen, wie er nur konnte. Die Welt um ihn herum faszinierte ihn. Seine Eltern hatten ebenfalls sein Potenzial entdeckt und unterstützten ihn, so viel sie nur konnten. Als Kind hatte er Zugang zu einer umfangreichlichen Bibliothek, in der sein Interesse in Richtung der Literatur, antiker Werke, Geschichte und Naturwissenschaften immer weiter wuchs. Seine Eltern ermutigten ihn auch dazu, an Diskussionen teilzunehmen und seine Meinung zu äußern. Dadurch wurde ebenfalls sein Selbstbewusstsein erhöht und seine Geschicklichkeit in der Rhetorik wurde gestärkt. Plinius erhielt eine umfangreichliche und sorgfältige Ausbildung. In jungen Jahren noch nur von Privatlehrern, aber schon mit 14 wurde er in die berühmte Schule von dem Rhetoriklehrer Quintilien geschickt. Quintilien war bekannt für seine herausragende Rhetorik. Unter dieser Lehre erweiterte Plinius seine Fähigkeiten in der Rhetorik, der Kunst des Redens und des Argumentierens. Plinius studierte außerdem die Werke von anderen berühmten Schriftstellern wie Cicero, Virgil, Ovid und anderen bedeutenden Schriftstellern seiner Zeit. Nach seiner Ausbildung bei Quintilien setzte Plinius sein Studium an einer Universität weiter fort. Dort vertiefte er weiterhin sein Wissen in Recht, Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaften. Unter anderem studierte Plinius bei dem angesehenen Juristen Domitius Arthur. Nach all diesen Jahren beim Studieren begann Plinius seine Karriere im öffentlichen Dienst als Quaestor. Ein Quaestor ist im Sinne der Start jeder juristischen oder politischen Karriere. Ein Quaestor kümmert sich um finanzielle und administrative Aufgaben des Senats oder von Konsulen. Jedoch wurden diese erst zu republikanischen Zeiten des Römischen Reiches eingeführt und zur Kaiserzeit verloren sie wiederum an Wert und Bedeutung. Weiter zu Plinius. Als Quaestor sammelte er wichtige und wertvolle Erfahrungen, jedoch ermöglichte es ihm auch den Zugang zu höheren politischen Positionen. Aufgrund seiner herausragenden juristischen Kenntnisse und rhetorischen Fähigkeiten erlangte Plinius schnell an Anerkennung als Anwalt. Er trat in vielen wichtigen Prozessen auf und wurde für seine Ehrlichkeit und Integrität geschätzt. Plinius steigt weiterhin in der politischen Leiter auf und erreichte das Amt des Tribunus Plebis, zu deutsch Volkstribut. Von Tribunus Plebis wurde er zum Präter und daraufhin dann zum Konsul, eines der höchsten römischen Ämter. Als Konsul setzte er sich speziell für die Verbesserung der Infrastruktur ein, unterstützte Bildungsinitiativen und trug zur Verwaltung des Reiches bei. Während er einer der einflussreichsten Personen in Rom war und sehr beliebt wurde, war er zeitgleich ein Schriftsteller, ein äußerst erfolgreicher Schriftsteller. Seine Literatur ist bis heute immer noch eine beliebte Informationsquelle für jegliche Historiker. In seinen Briefen, welche heute zusammengefasst als Epsiloner bekannt sind, beschrieb er ins kleinsten Detail das Leben im antiken Rom. Sein letarisches Werk zeichnete sich durch seinen präzisen Stil, seine scharfe Beobachtungsgabe und seinen moralischen Anspruch aus. Seine elegante und präzise Schreibweise beeinflusste viele Schriftsteller nach ihm. Bis heute wird Linus der Jüngere als einer der bedeutendsten römischen Schriftsteller von den Historikengern gefeiert. Seine Briefe dienen als Fenster in die Vergangenheit und tragen zur Erhaltung des antiken Roms bei. Das ist ein Schriftsteller. Das ist ein Schriftsteller. Das ist ein Schriftsteller. Die Verlaufsteller da in die Vergangenheit